Wo bist denn du gerade Kevin? 3TP dich einfach zu mir hoch So jetzt passt es wieder Aber da das hier so gut wie kaum auffällt Das ist hier ähm Weniger wie 25 FPS hat Die ich dann gleich wieder wegschmeiß Oh ja mach nur Ui Ach das hinterlässt ja nicht mehr ein paar Setzlinge Doch doch das hinterlässt Setzlinge Siehste? Ach ja da Bei mir ist keine hinterlassen irgendwie Hab ich Knochen dabei? Ja ja ich hab zwei Knochen dabei Das heißt wir können die Bäume gleich wieder nachpflanzen Habe ich ein Setzling? Hä? Habe ich ein Setzling? Ja ja da mach Ah danke Immer schön nachpflanzen nicht dass sich unser Wald hier bald den Wohlgefallen auflöst Hm Diese Items sind wieder aktuell So So Okay Nö Oh hier ist Lava Und da gehts tief runter Dann gehen wir mal nicht hin Oh ich höre ein Slime Ne ich ein Zombie ist das Und tschüss Und tschüss Und tschüss Zombie verbrennender Lava Idiot Boah Ruckelruckelreiter Wenn die FPS fällt Dann schreit er Ja Jetzt schreit er nicht da Marcel Nö Kannst du aber ruhig machen Hm Ich auch noch ein Setzling Das alles raus Marcel Ich schätze mal Ich schätze mal bei der nächsten Aufnahme werde ich den Den Ding wieder rausschmeißen Siehst du hier liegt aus ihnen auch schon die Stufen siehst du es hier Was soll Hm Hier guck Ja Sind auch schon die Stehstufen obwohl sie noch gar nicht gibt es muss ein Plugins sein Ja Hier zum Beispiel hier kann man drüber laufen guck Ja Okay Unnötig Wenn der 1.5 ist das ja implementiert ja Ja wenn es schneit dann nicht Es schneit nur einen hoch Kevin gib mir mal Knochenmehl Ich hab nix Wir können ja auch erwachsen tun dies sowieso nicht weil wir die Chunks hier nicht regelmäßig updaten Ja Ja Auch hier ist viel von abgefallen Noch Zip 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 doch kein aufgefallen und dann ist es ja auch erst mal aus der wurde wir können ich würde noch gar nicht weg ja wir müssen weil er sich wieder zu klatschen bis ohne ende soll nur dass der hier nicht so ganz die sich in wohlgefallen auflist auflöst aufliest ja mein bayerisch auch sehen die musik die pflanze ich war jetzt voll fast in den baum reingepackt ich wollte voll fast in den baum reingepackt voll epic hier voll unkonkret wie viel habe ich ich hab mir sektisch reich das reicht ich hab mir selbst baum pflanzen ich hab 1 2 3 4 5 6 ja ok marcel kann hier noch baum baumschule betreiben wenn er lust hat muss er ja nicht er kann ja wieder mitkommen warum ist meine axt wieder ganz weiß ich nicht normalerweise nicht ist es nicht und wir haben wieder flüssige fps set home jetzt läuft es auf 30 fps konstant jetzt nicht mehr aber wieder auf 27 man merkt es doch schon ein bisschen dass es jetzt wieder flüssig läuft wie gesagt mach einen baum weg und dann ist alles weg soll ich dir festen holz geben irgendwas ist gerade mit dem server buggy meine äxte sind auch wieder repariert hä meine auch aber nur die nur die gold ja habe ich ein ding drin wo jetzt das gold extra repariert hallo ok ähm strange ich habe ein bisschen viel zappings gepflanzt jetzt sieht gerade magic wisst ihr was ich lösche mal hier die eine axt wieder raus weil die habe ich jetzt hier ich will ja hier jetzt nicht schieten weil ich meine okel machen mach mal nicht und wie das hier im wald aussieht ja warte ich leg mich gleich in ne 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 wie das hier im wald einfach aussieht das sieht geil aus so die goldachs haue ich in meine ender chest ich auch jetzt mach diesen baum hier weg mal gucken wie viel abgeht boah alle wieder weg bäume die ich gepflanzt habe sind wieder weg ja ich weiß hallo bäume hallo bäume haben wir doch bei dir auch gemacht geh da weg geh weg hallo pennen hallo pennen hallo pennen hallo pennen hallo pennen einfach mal alle bäume mann wie viel habe ich denn hier jetzt fuck boah wie viel ist denn hier jetzt ist alles die komplette nichtung ist wieder verschwunden voll scheiße ja mache übertreibs halt jetzt auch kein wunder dass das aber hier gerade fängt zu spät hallo was kann ich denn dafür wenn ihr alles abholst naja viel ich habe übernsteck fischen setzt länger oh man ich auch ich habe einen steck und drei ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr wie baut man das haus da ist nicht mehr so dicht hallo das ist scheiße da musst du aufpassen habe ich doch gesagt ja aber ich bin zu viel abholzen dann mache ich das ja ja aber jetzt habe ich ein problem wieso ja es gibt ein problem welches und zwar weiß ich nicht mehr wie ich den metzger bauen soll wasser ich weiß es nicht mehr was wie eine kopie also auf dem server oder so nö ich könnte meine alpha welt rüber wechseln aber ich würde man dann sehen ja dann sieht man halt nur die idee ist haus man schaut aus so ja ich muss ja rumlaufen ich weiß nicht wo ich da bin warum weißt du das nicht ja weil ich minecraft jetzt schon eine zeit lang nicht mehr gespielt habe und ich nicht mehr weiß wo ich mich da ausgelockt habe ich weiß nur dass ich da nicht mehr an der festung war scheiße boah schon wieder alles verschwunden was ist das für ein scheiß man ich brauche die doch nicht mehr so dicht es reicht schon wenn sich die blätter berühren dann bist du schon hier alles weg ich war ganz kurz raus ihr werdet jetzt hier nicht sehen äh ja mach einfach mal du komischer modeller oder ich bin hier mit dem ich helfe dir mal ne schneidest du das dann raus oder was ja ich schneide das video raus und mach das so äh äh hier ist eine kleine sende unterbrechung ja im multiplayer habe ich jetzt seit konstant 30 fps ähm singleplayer was ist das denn mann wie viel ist denn hier kaputt gegangen mann ich nervt dabei habe ich doch auf dem singleplayer getestet ach jetzt jetzt hab ich mich schon gewundert so weiter wir fahren jetzt einfach mal fisch bitte bleiben sie kurz dran wir werden unsere sendung gleich wieder aufnehmen au mann geht nicht zu wenig sind dass jeder muss mehr wir zeigen ihnen jetzt halt einen lehrfilm über langen guss ganz im gegensatz zu der weit verbreiteten meinung ernährt sich die languste ausschließlich von meeresfrüchten das hindert sie jedoch nicht daran sehr menschlich zu bleiben das dann kommen die tür mehr machen wir nicht so jetzt einfach gehe ab und dann ba bäm ich habe keine holz Listen keine 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 gold mich heraus 5 und dann kommen die tür das heißt das musst du dir selber nehmen ja ja fünf und dann kommen die türseite in tod das problem ist nicht mehr jetzt weiß ich nicht die bereiche ich bin so dumm ich bin so dumm wieder alles weg wir haben hier noch mal eine kleine werbeunterbrechung wir zeigen hier noch mal den der film über langen kusten noch mal drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf als gut man es gibt so das reicht jetzt einfach noch hier so ein paar bäume hin und die können dann bleiben also gut müssen wir sagen halt also zwölf mal sechs 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 habe ich mich immer schnell wieder raus damit ihr nicht also zwölf mal zehn habe ich gesagt das ist der stift jetzt märz und röchner sein am 10 ein wo kommt wo wir sind und in die kiste wo Holz an am besten zu mir weil vielleicht nur ich denke nicht dass ich so viel brauche so übrigens auf die IP-Adressen die ihr seht können wir nicht scheuen weil die sich immer wieder ändern und lokalos funktioniert noch mehr werden wir zu haben holz ich bin ja auch mal ein paar spät ja mir kann ich nicht aufnehmen ach so dann kann ich ja wieder zu sagen wir können sie von mir aus den wohlgefallen auflösen dafür habe ich viel zu viel samen jetzt und jetzt habe ich dann holz drin das geht nicht obwohl bei oder solches welche brettern umwandeln nein 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 tut es in die rohholzkiste ich habe zu viel scheißdreck hier kommt das kommt weg der eine spinnauge kommt weg das will ich gar nicht im inventar haben das kann sich von mir aus sein wohlgefallen auflösen nämlich geht nicht mehr aber bei mir schon ja so ist die setzlingkiste ja schön die setzlingkiste ist oben es ist die gut raus im garten steht ah ok stimmt äh die goldachs ist schon wieder ganz was ist denn das schmeiße hier in die dava rein ja es ist eigentlich sehr komisch sonst sagt sie jetzt kein schaden mehr nämlich wie gesagt ich hab nichts gemacht mit dem ja die nötig ist auch kaum ab ich war das nicht ich kann doch nichts für das macht das server von ganz allein oh gott die kagariko musik die muss ich wieder überspringen dass ich da wieder eins auf den sack bekommen naja das letztes mal passiert deswegen musste ich das da rausschneiden so bau du mal so 1 was macht eigentlich die wand hier 2 3 4 5 fragt dominic aber ich bin ja auch schön doof ne das ist so viel zu dumm hier was ich da gerade mache ich bin dumm 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 bin ich hier sind ja einfach nur mal kurz durch so aber jetzt nicht mehr wenn ich schlau erst hier schlau willkommen daheim oh das ist ja ganz super wir bauen so einen scheißdreck hier eigentlich wer hier sowas baut du ich wollte doch meinen ja ich schon wieder ey das gibt es nicht der typ macht immer dasselbe warum lasst ihr den überhaupt bauen ja weiß ich schon nicht was du machst ja weiß ich ja auch nicht was willst du eigentlich gerade ich wollte da einen gang rüber bauen wie bei mir jetzt fällt mir ein dass wir ja hier einen burggraben haben ja auf die rindviehweide das ist damit es gerne zu weit hat paul ist unter edisch man tja naja hey ich habe auf einmal einen steinsjägel erhalten wie kommst du hier raus ähm dp starkeller na toll einfallsreich oder muss ich es halt unterirdisch bauen dann kann ich es auch noch gleich mit dem kühlkeller verknüpfen möglicherweise der mitzger mitzger heute läuft der mitzger nein bauernhof müssen wir auch noch bauen ein bauernhof hm wie viel platz ist denn hier eigentlich noch bauernhof bauernhof